hallo und herzlich willkommen zurück zu deutschland sucht den super sänger zu it takes two ja ich möchte nicht singen aber was mir übrigens aufgefallen ist schatz da oben hängt mein traumfänger hast du den gesehen da fehlen diese zwei kleinen die noch bei dem mittelgroßen daneben eigentlich gehören ansonsten sieht er genauso aus wie meiner so ok ich muss jetzt meine leidenschaft neu in flammen backstage und kannst du backstage schreien ich backstage backstage gehen oder ja klar ich bin ja immerhin hier der der ist da sieht nicht gut aus ich hoffe die bewegen sich nicht oh wieso springt die nicht was war das denn ist das hier so träge jetzt kann die auf einmal springen nein das war knapp Du hast ein bisschen viel Bass. Remix A, okay. Ja, das ist kaputt. Du hast den Griff kaputt gemacht. Ja? Hier, das musst du machen. Hier dran. Machen wir hier. Ja, was glaubst du, weil ich hier die ganze Zeit mache? Das funktioniert aber offensichtlich nicht. Das ist irgendwie Hürzen. Wollen wir hier irgendwas machen? Oder muss ich hier rausgehen, dass das... Aber das kann auch nicht sein, ne? Hä? Muss ich näher ran, vielleicht? Direkt ran. Ach, das kann ich durchheben. Ja, geil. Okay, also links ist, wenn ich irgendwas runterdrücken will. Und rechts ist, wenn ich Dinge in dem Sinne bewegen will. Okay. Muss man ja erstmal wissen, ja. Au, okay. Die glühen, okay. Da sollte man nicht draufgehen. Nee, du solltest vielleicht auf die gehen, die ich... ...hochhole. Ah! Äh! Nein! Nein! Äh... Kann ich den von hier aus... Ich kann aber... Nee, warte mal, ich muss noch ein bisschen weiter vor. Ich kann aber doch von hier aus nicht alle bewegen, oder? Dass du da hinten liegen kannst. Ach so, meine Kraft lässt nach. Nein, 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 nein. Oh. Ja, ich kann jetzt nicht mehr. Du bist jetzt tot. Wissen Sie, die Kraft lässt nämlich nach. Wir müssen schneller springen. Ja, aber... Aber wir müssen dann zusammenspringen. Ja, mach. Wenigstens muss ich mich nicht drauf konzentrieren, die hochzuheben. Achtung, Kraft lässt nach. Achtung. Ich bin drüben. Oh. Das ist unten dieser Balken da, mit den Noten. Dann lässt die Kraft nach, wenn das da ganz links ist. Hallo, warum dreht der sich so komisch rüber? Okay. Komm mal da hinten, wuppern. Ähm... Ah, okay. Bleib mal da drauf stehen. Hier musst du singen. Nee, du musst hier singen. Ja, dann bleib auch da drauf stehen. Nee. Ich muss nicht singen, ich muss schreien. Und schrei. Ähm. Ja, du kannst doch, ähm... Was kannst du überhaupt mit dem Ding machen? Nee, du kannst doch schreien. Das dauert ja noch ein bisschen. Und dann gehst du doch überhaupt... Ach so. Meinst du? Ach so, von so geht's auch, ja. Okay. Okay. Da müssen wir hinten... Hinten. Hier müsstest du nochmal reinschreien. Schrei, was das Zeug hält. Warte, dann komm ich direkt mit. Nein, das sind wir so schwer. Nee. Das ist was. Der muss das ausleiten. Ich konnte gar nicht mich beschleunigen. Ach so, scheiße. Ich dachte, wir sind am Laufen. Ja, geil. Du hättest singen müssen. Wie gesagt, ich dachte, wir sind am Laufen und wollt grad anhalten. Ja, ich dachte... Aber muss ich singen oder muss ich, äh... Du musst da unten singen. Nee, ich muss... Ich muss nicht singen. Ich muss das so machen. Und dann? Drück den Knopf, den Knopf. Du, 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 du. Welcher? Der einzige, der da gerade zu sehen war. Ich hab keinen gesehen. Bei mir war nur ein komisches Ding. Da oben der Knopf, der direkt vor uns ist. Ja, den kann ich nicht drücken. Doch, du musst das Ding benutzen. Ja, das gerne sagen, ja. Deswegen hat sie ja gerufen. Cody, push the button. Jetzt, jetzt, jetzt. Amüsieren, amüsieren. Ja, ich hab doch. Wo ist das Ding? Hä? Was war das? Hä? Ich verstehe. Nee, ich muss höher. Ich hätte das nicht so früh. Hör mal auf, mir das reinzureden. Immer lass mich das. Aber ich muss mit, sonst komm ich da hinten. Sonst wär ich nämlich jetzt hier geblieben. Nee, du hättest nicht mitgekommen. Doch. Ja, ich kann dich auch gerne in den Abgrund schlittern lassen. Kein Thema. Ach doch, du musst das Teil her machen. Oh. Äh. Ich will nicht in den Schlitz. Warte mal. Ist er auch nicht. Aua. Rechts muss noch was rein. Nee, da müssen mehrere rein. Meinen das alle? Du musst helfen. Ähm, vielleicht musst du doch in den Schlitz. Hm. Okay. Ah, da kann man was dranlegen. Haben wir das? Entschuldigung. Ja. So macht man einen Scheiheil. Äh, die Platten kaputt. Ach so, wir dürfen da runter, okay. Du musst hier singen, nochmal. Nee, echt? Ach so. Ich geh mal hier drauf. Ja, danke. Aua. Ja, wie, du gehst da drauf? Wo drauf? Ach so, da. Ja, hier, in der Mitte geht was. Mach nochmal. Mach mal. Aber von der Seite kann ich's wahrscheinlich nicht, weil das Ding hier ist. Ich bin jetzt irgendwo unten drin. Ach so, da musst du... Ja, ja, ja. Ja, 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 gut, gut, gut. Ja, mach mal. Mach mal nochmal ein Mikrofon. Ja, ich kann das aber nicht an... Jetzt kann ich's anvisieren. Ach so, warte mal. Kann ich auch nicht. Warte mal. Ja, weiter nach vorne. Du musst das Glas zerbrechen, oder nicht? Nee, nee. Ich glaub, ist das für dich irgendwie? Oder muss ich hier hinten was machen? Warte mal. Also wie gesagt, ich denke, du musst das Glas damit zerbrechen. Mach mal. Mach nochmal. Ah, nee, die Röhren. Also ich hatte recht, aber ich hab ein anderes Glas gemeint. Okay, ich kann nicht mehr kaputt machen. Oder kann ich hier... Ach, ich muss hier durchgehen. Ja, doch wahrscheinlich schon. Ach du Scheiße. Ich muss hier komplett durchgehen. Mach nochmal. Ja, weiter. Scheiße. Ich glaub, die Widerstände... Alles muss kaputt machen hier drin. Oh weia. Ja? Ja. Nee, da war schon, ne? Oh je, oh je, oh je. Aber hinten müssen wir nochmal... Warte mal, hinten. Da musst du auch rum, glaub ich, ne? Auf der Seite. Ja, ich muss... Ach du Scheiße. Mach mal weiter. Okay. Haben wir jetzt alle da vorne? Ja, geh mal da hoch. Ich weiß nicht, ob da noch was... Ach, was war ich? Aber kannst du nur drücken, oder? Kannst du die Knöpfe wegmachen? Mach mal. Ich geh das mal hoch. Jetzt mach ich nichts mehr ab. Wo bist du? Kannst du das Ding da? Ja, ich bin immer noch hier. Ich komm ja nicht rüber. Ach so, warte mal. Ich glaube, wir müssen was anderes machen. Ich weiß, was ich machen muss. Ich kann hier nicht durch. Das muss hier oben hin. Muss vor das Ding hier. Hier. Na, warte mal. Nee, das geht auch nicht auf. Hä? Ja, Moment. Ja, warte. Lässt du mich doch... Lass mich doch mal... Ja, ich denke, ich soll das machen, damit du hochkannst. Ja, wenn ich ganz oben bin, dann machst du es bitte. Jetzt. Genau, komm wieder zurück. Wow, 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 wow. Good work, both of you. You've earned the speakers. Ah. Great. Now you can let us out of here. Not yet. Keep on going. You're still missing the mics and lights. Woohoo. Oh, Skopi Toasty. Kannst du die Dinge ablenken damit? Schildblock, ja. Warte mal, warte mal. Geh mal hinter mir rein. Okay. Okay. Ne, du musst, äh, das sind ja drei verschiedene Mikros. Warte, warte, warte mal. Ach so, hier, warte mal. Ach so, hier ist das, äh, stopp, stopp, stopp. Ach du scheiße. Äh, warte mal. Ach du gar... Kommst du da nicht rum? Ach so, warte mal, oder muss ich dich dann abstoßen vielleicht? Ah ja, ich muss dich abstoßen, okay. Jetzt höher, äh, geht das höher irgendwie? Kannst du den höher machen noch? Nein, ich muss dich da rum... Ach du scheiße. Okay, ähm... Aber du brauchst dein Schild gleich. Ähm, rechts oder links? Ist eigentlich egal, oder? Ist egal. Äh, ich sehe nur jetzt bei dir die Farben nicht mehr richtig. Aber von welcher... Nee, es kommt von links, von links kommt der Strahl. Von B aus. Ich sehe nichts, scheiße. Ähm... Warte, jetzt? Äh, warte mal, lila müsste das aber sein. Ja. Nein, das war ein bisschen zu viel. Was ist das Kacke hier? Nein, äh, C, äh, A. Entschuldigung, A. Nein, C jetzt. Komm hier aber nicht hin. Hast du das Ding? Ja. Äh, warte mal, warte mal, ich bin... Ja, ja, du bist richtig. Da hinten musst du wahrscheinlich hin, ne? Ach, du Scheiße, ist das ein Mist. Oh! Ich meine, es ist irgendwie ganz lustig gemacht, aber... Oh, Gott. Hatte ich schon... Oh, ist schon cool gemacht. Nein! Oh! Hä? Hm? Hä? Ach so, ich muss das komplett durchtrennen. Ich musste gerade meinen Tee trinken. Tut mir leid. Was macht die denn jetzt? Hallo? Wieso kann ich... Also, ich denke mal, da ist der Ausgang, weil da hat sie gerade so hingeguckt. Also, Ausgang, ne? Oh, Gott, was kommt jetzt? Das Schlimmste ist, dass wir ja noch irgendeinen Endgegner haben, ne? Ich glaube, ich will gar nicht wissen, was das sein wird. Eine E-Gitarre, oder? Ja, fall runter, genau. Ach, du bist gar nicht hier drauf, ja, super. Was machst du denn? Willst du hier nicht hoch? Ich spiele. Hey, wo springen die denn jetzt hin? Wo muss ich hier hin? Ach, da hinten. Ach, scheiße. Oh, die rutscht immer irgendwo am Rand ab. Das ist doch bescheuert. Kann das sein, dass wir da hinten hin müssen? Ja, da müssen wir hinten hin. Nein, ich bin ganz runtergefallen. Ja, da kommen wir dann hoch. Hier musst du mich mal eben gleich dingsten. Ja, ich muss jetzt erstmal hier hoch. Ja, aber da musst du gar nicht rum. Du kannst hier rum. Wieso muss ich hier nicht rum? Ja, aber was willst du da rum? Ja, keine Ahnung. Hier ist der Ausgang. Ich dachte, ich muss hier hinten, wo ich bin hin, weil hier ist irgendwie ein Weg. Ja, was willst du da? Da ist das Klavier und da kann nicht runterrutschen, die Gitarre. Das ist ein Keyboard, Schatz. Äh, Keyboard, ja. Demo 5 Äh, achso, die kann ich reinlegen. Ah, jetzt kann ich, warte mal, stopp, bleib da drauf. Achso, du kannst, ah, okay. Wo sind wir, wo sind wir? Alles klar. Okay. Oh, Hilfe. Nein. Alles klar. Okay. Ja, ich geb dir den Lift. Warte. Warte. Warte, da oben kommt ne Dings. Ich bin gleich frit... Ja, wenn du so lange wartest, bin ich fritte. Ja, ist ja gut, Mann, ey. Das muss schneller gehen, ja. Ja, mach du's. Kann ich ja nicht. Würde ich ja gerne. Aber du hast groß gesagt, du weißt, wie man Knöpfe dreht. Stopp, stopp. Mach erst mal den blauen Römer. Ich denke mal, ich muss eh springen. Da kannst du auch drüber springen, oder? Oh, die rutscht überall ab. Das ist zum Beispiel. Warte. Den roten bisschen runter, geht das? Wie nah soll der noch sein, ey? Ja, der soll nach rechts da rein. Ja, rüber. Ist hier nichts? Oh, nein. Ja, aber wie soll ich denn da rüberkommen? Also abgesehen davon, dass der Blaue nicht unten ist. Ach so, warte mal. Ja. So, jetzt mal. Kommst du da rüber? Warte. Uh! Ich darf aber nicht zu tief mit der rechten Seite kommen. Kann das sein, dass du einen Sprung machst? Warte, 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 ach so, wo? Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Ein bisschen höher, den Blauen. Nein! Oh! Boah, ey, mir tun die Augen schon weh von zugucken, ne? Aber ich weiß nicht, mach lieber den noch ein bisschen... Nein! Nein! Das war mein Fehler. Mann, ey! Oh, komm schon. Jetzt geh da hoch. Da kommst du da rüber, oder? Ja, aber erst... Oh! Wenn die Welle weg ist. Oh, ich war noch drauf, aber trotzdem ist die mal wieder in ihrer üblichen Manier abgerutscht. Oh, nein, das geht immer tiefer, das Blaue. Geh mal runter? Kann ich ja nicht, wenn das immer tiefer geht. Oh, nein, diese blöde Kuh. Du kannst doch schon rüber springen, das schaffst du darauf rot. Ja, aber nicht, wenn ich hier gerade mitten im Sprung bin. Geh mal hoch. Einen höher. Nicht, wenn das von oben kommt. Hallo? Ne, kommt die nicht hoch. Warum kommt die da jetzt hoch? Unter! Boah! Warte, warte, warte. Die rutscht hier unheimlich. Ich weiß nicht, warum. Warte, warte, lass das so, lass das so. Nein, er muss es natürlich höher machen. Boah, wir tun jetzt aber echt die Augenweh vom Hingucken, ne? Wo bin ich? Ach so, da oben. Ach so, du musst mich runter... Ja, geh mal rüber. Rüber, weiter, weiter. Ich hoffe, die rutscht hier nicht. Warte. Ja, jetzt hoch. Reicht das schon? Ja. Ich hau ab. Ah, mir klar. Boah. Wir haben jetzt hier gelesen, ne? Was ist da hinten jetzt noch? Da kann ich da doch was machen. Oh! Ach, da ist jetzt ein Loch drin. Hä? Hier ist ein böses Mikrofon. Ich kann es aber nicht beschießen. Ich auch nicht. Kannst du was machen? Mach mal was. Kann ich hier drauf? Ja, warte mal. Ich kann es aber auch nicht richtig anvisieren. Also oben schon, aber... Ah, jetzt! Ah, okay, du musst es singen. Ja, hab ich doch. Aber Stunden später. Nee, ich musste erst mal gucken, aber du hast mich ja ständig abgelenkt mit deinen hin- und her-gerum-dienste hier. Sieht aus wie eine Spieleverbräge. Boah. Aua! Die hat mich gefressen. Sie frisst mich weiter. Ich bin wieder da. Ja, dann mach schneller, weil die frisst mich jetzt. Machen wir mal singen nochmal. Kann ich nicht. Du warst ja nicht da. Du wirst es machen müssen in dem Moment, wo ich gesungen hab. Mach. So, jetzt komm endlich. Ja, ich bin runtergefallen. Kannst aufhören. Weg, weg, weg. Ja, komm, ey. Jetzt nochmal. Okay, also da soll man... Oder? Da sollen wir bestimmt nicht runter. Okay, entweder... Kannst du das Mikro erstmal machen? Mach mal, mach mal das Mikro. Kannst du das von da? Nee, okay, warte, ich bring mich rüber. Oh! Ja, 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 Moment. Das ist hier noch irgendein Ding, ne? Oh, ja, jetzt sing. Schnell, schnell. Es geht nicht, ich muss auch rüber. Ach, scheiße. Jetzt, 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 jetzt. Ich kann gleich nicht mehr. Okay. Bleib mal hier, weil du kannst es ja selbstständig anstellen. Boah, ich wusste schon immer, dass du so eine Stimme hast. Oh, springen da unten. War das jetzt positiv gemeint? Ja, sicher. Aha. Immer, immer positiv. Aha. Äh, okay, scheiße. Ich hätte vielleicht mit drauf gehen können. Äh, ich bin da unten. Also, ich mach jetzt nach oben. Jetzt. Ja. Ist oben offen? Ja. Schnell! Äh, danke. Ja, ähm, wir haben's aber. Ähm, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nimm die Erste, nimm die Erste. Kann ich nicht, wo ist das? Warte, ich glaub, wir müssen durchlaufen. Komm, schnell zurück. Ich bin durch. Kannst du denn durchlaufen? Ja, wenn ich meine Stimme wieder hab, ja. Sie hat ihre Stimme wieder. Oh, hier sind los. Oh, hier sind los. Nein, ja. Oh, ich bin tot. Okay, ich bin tot. Ja, man sollte mal warten, bis der Schatz da ist, ne? Ja, toll. Ja, ich komm nicht. Hallo, du bist weg. Ich kann's weg. Ja, ich bin ganz am Anfang. Und ich denk, du bist bei mir jetzt gelandet. Nein, wie denn? Ja, geil. Und ich komm da nicht durch, weil die Erste wieder zurück. Wir müssen zusammenrutschen. Du rutscht vor. Da bist du. Ganz am Anfang bist du, ach du Scheiße. Was kommst du denn? Aber das ist echt selten. Warte, das ist echt selten dämlich gemacht. Weil wenn einer so wie ich jetzt gerade dann nicht weiterkommt. Okay? Ja. Und los. Ne, die fressen mich trotzdem. Hä? Die fressen dich trotzdem. Also entweder. Vielleicht musst du als Erster sagen. Nein, du hast am Anfang den noch nicht gemacht. Ja, ich hab jetzt nicht gedingst. Der Erste ist nicht gedingst worden. Naja, wo bin ich denn jetzt? Ja, du bist ja in der Mittelposition. So. Spring mal als erstes dann. Warte, 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 warte. Ich muss aufladen. Okay. Ich werde gefressen. Oder? Nein. Mach schnell, mach schnell. Nein, jetzt geh doch. Konzentrieren. Boah, ist das ne Scheiße. Nur fokussieren und durch. Ich hasse Controller spielen, ey. Ich kann mich das. Nee. Was war das? Das allwissende Mikro. Nein. Meintest du das allfressende Mikro? Ja, ja. Oh, fuck, wo bin ich? Wo bin ich? Ich seh nix mehr. Nein. Ich spiel grad mit dir wieder. Oh. Ich kann nicht mehr. Ja, wir sind beide. Scheiße. Nee, wir sind beide tot, weil wir... Ich hab auf deins geguckt und du wahrscheinlich auf meinen. Ja, ich hab schon auf meins geguckt. Das Problem war nur, ich war in der Mitte und ich konnte nix mehr machen. Aber das ist scheiße. Du siehst dich selber gar nicht so richtig, finde ich. Du siehst nur, da hinten wuselt irgendwas. Denk dran, ich gleich rechts zu halten. Nein. Äh, ich... Da, drück RB, RB. Also bei mir RB, ich weiß ja nicht. Naja. Das ist der Tod, das Dritte, oder was hat er jetzt gerade gesagt? Oh! Scheiße. Diese Perspektive, die bringt mich um. Echt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ach, Left! Oh, Scheiße! Ja, ich bin... Ich bin... Ich weiß nicht, wo ich bin. Äh, du musst bei mir nochmal auskommen. Da, da, da kommst du. Drück, drück, drück. Oh, fuck. Das ist ja gleich wie in Harry Potter hier. Oh, komm schon. Da geht sogar meine Uhr an. Oh, das war ein bisschen zu nahe für comfort. Hi! Great work with that microphone. Microphone? That was a humongous snake. That almost killed us. Well, you're still breathing, and you earned... Woo! The microphone! Congratulations! Ja, aber ich würde sagen, bevor wir die Mikrofone einsacken können, machen wir erstmal einen kleinen Cut und kriegen dann wahrscheinlich die Krise, wenn wir wieder weitermachen. Wahrscheinlich. Äh, ich wollte gerade sagen, der Epi pflichtet mir hier schon bei. Also würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao!